Ich hatte tatsächlich gegen Ende April wirklich Angst, dass es nicht weitergeht. PBB hieß nicht mehr zuverlässig, nicht kommunizieren, Leute betrügen, Leute über den Tisch ziehen. Das Jahr 2015 war das härteste in der Geschichte des Trierer Basketballs. Insolvenz, Abstieg nach 25 Jahren Erstklassigkeit, Lehre, Trauer, eine ungewisse Zukunft. Doch Liebe kennt keine Liga. Die Gladiators Trier haben in der zweiten Liga eine neue Aufbruchstimmung erzeugt. Die Basketball-Tradition in Trier lebt weiter. Da sind sie wieder, die Basketball-Verrückten aus Trier. Mittlerweile angekommen auf der großen Bühne. Heute Halbfinale für Telecom Basketball. Fraport Skyliners gegen Ratio Farm Ulm. Ich darf kommentieren und sind natürlich, David und ich, jetzt auch für die Telekom unterwegs in der Basketball-Bundesliga. Das haben wir ja damals auch einem Crowdfunding und damit vielen Trierer Basketball-Fans und Fans aus Deutschland zu verdanken. Aber wir haben natürlich unsere Wurzeln auch nicht vergessen und die liegen in Trier. Die legendären Zeiten, die 90er Jahre, sogar der Aufstieg mit Wally Esser von der zweiten in der ersten Liga. Dann die legendären Jahre in den 90er und dann dann weg, Pokalsiege. Genießen Sie das einfach mit uns. Das ist Emotion pur, das ist Sport pur. Die Stimmung ist unglaublich. Hier in der Halle am Meusecker-Wing. Drei-Punkte-Versuch. Also er kann heute machen, was er will. Das alles möchten wir zusammenfassen in einem knapp zweistöhnigen Film mit Zeitzeugen, mit Interviews, mit Legenden, die zu Wort kommen, aber natürlich auch mit ganz, ganz vielen historischen Spielszenen. Und dafür brauchen wir eure Unterstützung, weil wir gar nicht wissen, wollt ihr sowas haben? Und deswegen haben wir erneut einen Crowdfund gestartet. Wenn ihr entsprechend die DVD vorbestellt und mit dem Dankeschön und eurer Unterstützung dabei seid, dann können wir das realisieren. Wenn nicht, dann nicht. Das Ganze funktioniert nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip. Das heißt, sollte die Summe nicht zusammenkommen, passiert eigentlich nichts. Dann bekommt ihr eure Kohle zurück und unser privater Film bleibt halt in unserem Privatarchiv. Ziel ist es aber, eine DVD auf den Markt zu bringen mit einer Auflage von 1500 Stück. Und die gibt es hier auch nur bei Startnext im Crowdfund, auch zum Sonderpreis, vor Abpreis von 15 Euro zuzüglich des Versands. Soweit die ersten Infos, wie das Ganze genau funktioniert, das erklärt euch damit. Das Ganze ist ziemlich einfach. Auf startnext.de sucht ihr als erstes nach Basketball und findet dann ziemlich direkt unsere Crowdfunding-Seite. Auf dieser Seite gibt es jede Menge Informationen rund um das Projekt, nochmal ganz genau aufgelistet, worum es uns eigentlich geht. Und das Wichtigste auf der rechten Seite sind die Dankeschöns. Ihr wählt einfach ein Paket aus, was euch am meisten zusagt und schon habt ihr uns unterstützt. Also seid dabei und helft uns mit, dass diese DVD nicht bei uns im Archiv versauern muss, sondern alle Basketball-Fans etwas davon haben. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020